Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Wir sind jetzt hier bei Déjà-Ju-Fools. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen bei Déjà-Ju. So spricht man es aus. Pools und Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt gerade ein Riesenthema. Wie passt das denn zusammen? Urlaub zu Hause bedeutet Nachhaltigkeit. Und den Urlaub zu sich nach Hause zu holen, ist einfach mit dem Pool verbunden. Dort die Zeit zu verbringen, weniger Emissionen dadurch zu verursachen, das ist für uns Nachhaltigkeit. Auch Wasserersparnis bedeutet Nachhaltigkeit. Wir sind mit unserer Filteranlage von Déjà-Ju so aufgebaut, dass wir auch keine Rückspülungen machen müssen. Das heißt, wir haben keine Zuläufe und keine Abläufe. Wir haben ein autark laufendes System. Von der Wasseraufbereitung an sich sind wir mittlerweile voll auf Salzelektrolyse orientiert. Und die Kombination unserer autark laufenden Membranfiltration mit der Salzelektrolyse ermöglicht uns, das Wasser über Jahre drin zu lassen. Unsere Filtration verbraucht so circa 400 Watt die Stunde. Wenn wir das vergleichen mit einem Haushaltsfön, den jeder fast jeden Morgen in der Hand hält, da sind wir ja meistens ungefähr bei 1000, manchmal auch 1200 Watt die Stunde. Und wenn man das vergleicht, dann sind das sehr gute Energiekosten, was den Pool betrifft in dem Moment. Wenn wir jetzt nochmal auf Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, da habt ihr ja auch Alleinstellungsmöglichkeiten. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen 8x4 Meter Pool uns vorstellen, dann sind in den Schalungselementen circa 8400 PET-Flaschen recycelt verarbeitet im Erdreich drin. Jetzt ist oftmals auch das Thema, wie warm der Pool natürlich eingestellt wird. Das ist individuell. Das ist sehr individuell. Das muss jeder für sich entscheiden. Wie die Wärme da reinkommt, ist ebenso individuell. Ob man sagt, man legt sich die Matten aufs Dach und arbeitet mit der Sonnenenergie oder hat Strom durch PV-Platten erzeugt und speist damit eine Wärmepumpe. Genauso Wärmetauscher geht. Wir sind mit unseren Systemen sehr flexibel, was das betrifft. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Dankeschön. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Wir werden auf der ROLL Deine Sie etwas Wir lucky